Ihr habt Probleme mit dem Vorsitz eures Hundes, da euer Hund andauernd schief sitzt? Dann bleibt dran, denn das ist gar nicht so schwer. Als erstes zum Aufbau, denn manchmal ist Back-to-Basic gar nicht so schlecht. Wir nehmen uns also zwei Futterstücke in die Hand und ziehen den Hund damit an uns ran und bestätigen in der Mitte. Das Ganze geht natürlich auch ohne Futter. Hierbei ist es wichtig, dass wir einmal die Hände nach außen nehmen, um ein Bild zu schaffen und dann aus beiden Taschen wirklich das Futter nehmen, damit der Hund nicht nach links oder rechts geiert. Jetzt wird es individuell, denn nicht jeder Hund ist gut darin, in der Mitte bestätigt zu werden. Manchmal ist Futter-Spucken auch die bessere Lösung, wie hier zum Beispiel. Oder mein persönlicher Favorite, durch die Beine bestätigen. Da ist aber jeder Hund unterschiedlich. Eine Möglichkeit, wie ihr den geraden Vorsitz festlegen könnt, ist es, öfter mal die Position zu wechseln und den Hund nachrutschen zu lassen. Zum Abschluss ein paar Fehlerquellen. Checkt einfach mal ab, aus welcher Hand ihr andauernd das Futter gebt oder aus welcher Tasche. Das ist auch ein Grund dafür, warum der Hund schief sitzt.